Dürfen wir vorstellen, das ist mit Abstand der fetteste Hase der Welt. Er wiegt knapp 4 Kilogramm und ist dementsprechend auch überdimensional groß. In seiner Heimat gewann er bereits einen Wettbewerb, wofür er die Auszeichnung letztendlich bekam, kann sich wohl jeder selbst denken. Nur die wenigsten können von sich behaupten, dass sie bei sich zu Hause einen Hasen halten, der die Größe eines ausgewachsenen Hundes hat. Täglich kommen Menschen zu der Familie, die von dem Haustier in den Medien gelesen haben. Manche können es eben erst glauben, wenn sie es von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Und dann können Sie es von Angesicht zu Angesicht zu Angesicht und